Ich klebe daher zunächst einmal die fehlende Trägerplatte für das Gleis auf und dann werde ich dieses Modul wohl zur Seite stellen müssen zum Trocknen. Oh man, ich lasse das Gleis auf und dann würde ich das Gleis auf. Okay. Das gute Stück hier muss natürlich wieder 9,2 Zentimeter vom vorderen Anlagenrand entfernt sein. Ich drücke das noch fest, kontrolliere eben ob das bündig ist und dann balanciere ich diese Platte mal zum trocknen woanders hin. Damit hätte ich noch eine weitere Platte zu fertigen. Ich hatte ja vor endlosen Folgen schon mal eine Platte angesetzt, ein Modul angesetzt, bei dem die Strecke S-förmig über den Damm laufen soll, um einfach mal die Seite zu wechseln. Im Lichte der neueren Erfahrungen werde ich diese Platte zunächst einmal anschleifen. Soll ich den Damm ausprobieren und dann mit dem Damm ausprobieren. Und dann werde ich mal versuchen die zu streichen. Wieder den hinteren Rand, sehr satt. Natürlich alle Randstücke erstmal. Ich wollte natürlich nicht Randstücke damit sagen, sondern die Kanten. Und auch vorne. So die Grundierung. Obwohl die Grundierung jetzt flächendeckend geworden ist, verwende ich den Rest der Farbe dazu, ein bisschen zu stempeln. So weit, so gut. Bevor ich jetzt hier die Aufschüttung oder das Fundament in der Mitte installiere, will ich die Gleise erst zusammengesetzt haben. Dieses Stück ist ja ein bisschen kitzlig und kritisch. Und da ist für mich jetzt sicher angesagt. Meine Farbe geht zur Neige und ich mische mir einfach mal neue an. Etwas blau. Hopsala. Und einen großen Schuss Grün. Und für das Dunkel des Meeres und seine Unheimlichkeit nochmal etwas Schwarz. Das kann ich jetzt mal aufmachen. Ich lasse es jetzt bewusst und durchmischt, sodass es sich nachher schattiert auf der Platte oder auf dem Modul bewegen wird. Als nächstes mache ich mich nochmal an das Leimwasser. Meine Leimflasche geht ja rapide zu Ende. Ich habe mir auch schon eine neue beschafft. Aber den restlichen Leim möchte ich gerne nutzprägend hier an das Wasser kippen. Ich schau mir bitte. Ich schau mir das room. Ich schau mir bitte. Ich schau mir das mal an das Wasser. Aber den nesten, dann schau mir das noch nicht. Ich schau mir das raus. Ich schau mir nochmal an. Ich schau mir das rauskippen. Langsam läuft es, aber es läuft. Und auch wenn es bei dem dünnen Strahl nicht so aussieht, da kommt am Ende doch eine ganz hübsche Menge zusammen. Und auch wenn es bei dem dünnen Strahl nicht so aussieht, da kommt am Ende doch eine ganz Zeit. Ich lasse es mal einen Moment so laufen und hole mir einen Schuss Wasser dazu. Okay. 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 Da ist nicht mehr viel zu holen. Ich fülle noch ein bisschen Wasser. Man kann es auch rühren. Aber so geht es einfach flotter. Damit werden die nötigsten Vorräte jetzt schon mal ergänzt. Ich habe wieder Farbe. Ich habe wieder Leimwasser. Und jetzt könnte ich noch anfangen, Gleise auszupacken. in den kleinen Trassen habe ich zum Glück noch genug. Diese Viertelstücke sind gerade jetzt in dieser Zeit selten. wieder berühmte Goldklumpen. Aber ich habe noch ein paar Stücke bekommen können. Und je Modul brauche ich ja zwei von diesen Viertelstücken. Ein Viertelstück, das fest aufgelangt ist. Und ein Viertelstück, das die Verbindung zum Nachbarmodul bringt. Von daher war ich schon ganz froh, jetzt noch ein paar zu kriegen. Wenigstens ist die Verpackung dem wertvollen Inhalt durchaus angemessen. Ich nehme die Verpackung mit der Verpackung. Und dann wird die Verpackung mit der Verpackung mit der Verpackung. Ich nehme die Verpackung mit der Verpackung. Auch die Verpackung mit der Verpackung. Soll ich das jetzt noch ein bisschen schütteln. und hier habe ich noch Halbgläuse drin Jo!